Und hiermit ein herzliches Willkommen zu Nathan Drake's Fortun, in der Nathan Drake Collection Serie und wir befinden uns ja wie gesagt im letzten Teil dieses ersten großen Teils, also wir sind ja drei Teile Nathan Drake, also Drake's Fortun, Drake's Deception, Drake's, wie heißt das, Among Thieves ist das zweite und Drake's Deception ist das der dritte Teil und wir befinden uns in, sind ja drei Teile und jeder hat auch so seine Teile und ja, wir befinden uns im ersten Teil, aber da jetzt schon im letzten Teil, also wie gesagt, das Spiel endet, also es nähert sich dem Ende und ja, Sully Sullivan sind wir ja wieder begegnet, er hat ja überlebt, dank des Buches von Drake's Vorfahren, aber er dachte, ach komm, schicke ich doch mal diese Leute da, diese Piraten oder diese Privatarmee, mach auf eine falsche Fährte, doch leider hat sich diese falsche Fährte zur richtigen Fährte herausgestellt, ja und jetzt sind wir hier und versuchen, zu diesem Mausoleum zu gelangen. Hat er mich nicht gesehen? Oh Gott, sind die alle verdammt, verdammt blind, hab ich hier keinen Schalldämpfer oder so? Woh! Was ist jetzt? Danke, das ist zu mir, was da bist du? BAM! In your face, bitch! Leg dich nicht mit nächsten Drake an! Waren's alle? Machen wir mal einen kurzen Schuss da oben. Oh, das war wohl nicht so gut. Aber ich hoffe mal, das war jetzt hier der letzte Gegner. So, ja, ich glaube, das war der letzte. Ah, hier sind wir ja gar nicht reingekommen. Gut. Was? Nein. Drei-facher Sprenger, sehr gut. Ach, da oben müssen wir rein. Boah, ich bin gut. Drei-facher Sprenger, drei auf einmal. Haha, ich bin einfach spitze. I am the special one, not the normal one. Das würde jetzt Mourinho sagen. Ja, was sagt ihr eigentlich dazu, dass jetzt der gute Jürgen Klopp jetzt Trainer von Liverpool geworden ist. Und ja, ich habe ja gesagt, er wird drehen. Deswegen habe ich ihn ja auch schon ein paar Tage davor in meiner Playlist Road to British Champion genommen mit dem FC Liverpool. Da könnt ihr ja gerne mal reinschalten und euch das angucken. Da sind ein paar coole Gameplay-Videos im Karrieremodus mit Liverpool. Und ja, ihr könnt auch gerne mal die andere Playlist anschauen. Road to German Champion mit dem HSH und dem FC Bayern München. Und ja, ich habe ja auch Road to Irish Champion. Das wäre jetzt immer eine gute Sache, nachdem die Deutschen gestern so blöd verloren haben. Ich meine, Özil, der sagt doch, wir holen drei Punkte und dann verlieren wir gegen die Iren, die wirklich geil gespielt haben. Muss ich sagen, die haben gut gespielt. Und das ist immer so, wenn wir Deutschen verlieren, dann suchen wir nicht erstmal die Lösung, beziehungsweise das Problem bei uns, sondern sagen, der Schiedsrichter, der war zu schlecht. Und ja, das ist eigentlich nicht gut. Das ist nicht professionell, finde ich. Ja, da könnt ihr mal einschalten. Also Road to Irish Champion mit dem FC Limerick. Ihr wisst ja, der sagt, habe ich ja ein bisschen so oft zufällig gemacht. Da könnt ihr da nochmal reinschalten. Und ja, aber hauptsächlich werde ich jetzt in nächster Zeit hier Videos machen zu diesen drei Teilen der Nathan Drake Collection Serie. Genau. So. Jetzt versuchen wir hier ins Mausoleum hinein zu geraten. Hinein zu gelangen meine ich. Und ja, Mausoleum. Vielleicht, ich weiß es nicht. Da wird glaube ich noch was passieren. Ja, jedenfalls gehen wir jetzt hier rein. Obwohl. Naja, jedenfalls. Ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Aber bitte denkt an die drei Sachen. Daumen nach oben. Feedback. Und ja, gefällt mir. Klicken und abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Euer CA18 Gaming. Daumen nach. Vielen Dank.